Zurück zur Episode 5 unseres Let's Plays von Anno 1404 mit der Venedig Erweiterung. Und unser Schiff ist gerade angekommen, hat hier nicht genügend Platz für alles Holz. Aber wir werden jetzt schnell etwas bauen. Und zwar eine Eisenmine, also eine weitere Werkzeugproduktion. Und da wir das Bonus-Item auch haben, können wir hier mehr Werkzeug produzieren, also mehr abbauen oder alles. Wir bauen hier eine Kohlenhütte, dann eine Eisenschmelze. Und des Weiteren bauen wir hier zwei Werkzeugmacher hin. Werkzeugmacher rein, ja. Und da bauen wir das Gebäude noch aus. Wir können hier jetzt auch Ratssitze kaufen. Das machen wir aber später. Und wir sehen, unser Gold wird jetzt etwas weniger. Schauen wir noch einmal in den Orient, ob wir genug haben. Also unsere Bilanz wird schlechter. Ja, da können wir uns auch die Steuern draufsetzen. Und hier schließen, wir wollten unseren Auftrag auch abschließen. Dazu klicken wir jetzt auf das Schiff. Dann handeln hier auf Schatzkammer. Und sie in die Bauchdänzerin einfach mit Linksgegner unten. Linksgegner oben bleiben. Und dann zurück hier zum Haar, wo wir das abschließen sollen. Und ja, jetzt könnten wir hier wieder das Aufstiegsrecht erlauben. Einfach einmal alle aufsteigen, die wollen, auch zu Patrizien, um hier vielleicht mehr Einnahmen zu erwirtschaften. Und ja, Most haben wir jetzt ein bisschen mehr wieder. Schauen wir mal, ob das reicht. Schaut eigentlich nicht so schlecht aus bis jetzt. Unsere Bierproduktion läuft ja auch schon an. Das heißt, wir sollten hier für unsere Patrizio bald Bier haben. Äh, Bier. Brot. Und die hätten sowieso viel lieber Bier wahrscheinlich. Wo ist denn das? Hier. Haben wir noch nichts bekommen. Wenn wir auf drei klicken, sehen wir ja das, wo unser Schiff gerade ist. Also kommt bald an. Und unser anderer Auftrag wird auch bald abgeschlossen sein. Ja, wir könnten hier noch ein paar Häuser bauen, wenn wir wollen. Um unsere Bilanz aufzubessern. Ihr seid tatsächlich zurückgekehrt. Ja, stößen wir mal auf. Der Rat der Zehn weiß, eure Dienstfertigkeit zu schützen. Und wir erhalten hier einen Schmelztiegel. Schauen wir mal, was der kann. Ja, Glasschmelze wird erhöht. Also die Glasproduktion wird erhöht. Das ist jetzt nicht so relevant, da wir noch nicht einmal ein Glas abbauen können. Ihr habt viel über den Orient gelernt. Und wo ist das? Im Moment können wir nicht so viel dazu bauen. Hier im Norden. Aber das wird sich bald ändern, sobald wir mehr Patrizio haben. Und die Bürger sind hier zufrieden. Also wird das, wenn ich es schnell aufsteigen. Man kann auch es manuell aufsteigen lassen, indem man zum Beispiel hier sagt, Aufsteigsrechte verweigern. Und dann so, zack, zack, zack. Oder man klickt zum Beispiel hier und macht das extra. Ich mache das meistens automatisch aufsteigen. So, das müssen wir jetzt reinziehen. In die Schatzkammer. Aber nicht oben rein. Ah! Geht das nicht? Doch. Wollen wir eigentlich jetzt nicht aktiviert haben. Brauchen wir nicht. Und Steine haben ein bisschen wenig. Gibt es irgendwo noch Steine auf unserer Insel? Ich glaube, ich habe einmal welche gesehen. Ah! Doch, da ganz drüben. Und da auch. Schauen wir mal, ob wir da mit Markthäusern irgendwie halbwegs billig rüberkommen. Und hier bauen wir jetzt noch eine Steinmetz wieder hin, die auch abgeholt wird. Sollte dann mal vorübergehend wieder reichen. Hier kann man auch anschauen, wie viel Aufstiegsrechte man jeweils hat. Also Bürger haben wir alles voll. Patrizia haben wir noch genug zum Aufsteigen. Und... Da kann man sich dann auch orientieren. Weil wenn die Bauern eh nicht aufstehen können, kann man die Steuern wieder hochsetzen. So. Mach mal ein bisschen schneller. Aber ohne Steine geht das jetzt schwer. Wir könnten einfach mal jetzt im Orient, oder für den Orient, da ist es Objekt kaufen. Und zwischenzeitlich auch einmal unsere Beziehungen pflegen. 65, 72. Warten wir noch ein bisschen. Und wir wollten ja nachschauen, wo wir diese einschmeicheln hier. Und dazu brauchen wir noch etwas. Machen wir das da hier. Einschmeicheln hier. Haben wir das auch? Ja, und dann können wir hier anfangen mit einer Produktion für... Also wir sehen, hier Datteln haben wir mehr als genug. Also hier reicht eine Produktion. Ich bereue nicht, das Nomadenleben aufgegeben zu haben. Wie viel haben wir da eigentlich? Haben wir da überall sehr viel... Haben wir gar nicht so viel überschusst. Datteln, weiß nicht. Das wird nur nicht abgeholt. Das ist es. Aha. Ja, das ist jetzt blöd. Also man kann das aufstehen lassen, aber wir haben hier keine Steine herunten. Das heißt, die hätten wir mitrennen sollen. Und was wir auf jeden Fall auch brauchen können, ist ein weiteres Schiff dann. Also können wir gleich mit der Produktion mal in Auftrag geben. Einzelne Reserve ist oft gar nicht so blöd. Ja, und inzwischen steigen unsere Quadrids. Hier haben wir schon zwölf Häuser und insgesamt schon 271 Quadrids hier. Und eine Gesamtervölkerung von 1650. Und wir schauen auch hier, ob alles in Ordnung ist. Es wird eigentlich bei allem wieder mehr. Also sehr gut sieht das aus. Und unser Schiff ist hier angekommen. Ja, und die Frage ist, wo hier das... Ah, da gibt es Saatgut Indigo. Das passt perfekt, denn wir wollen auch Indigo. Das kaufen wir sofort. Schicken das Ganze jetzt hierher. Und werden dann mit unserer Produktion hier anfangen. Und ein paar Teppiche produzieren. Teppiche kann man auch sehr, sehr gut verkaufen. Das heißt, wenn wir da eine kleine Produktion anlegen, können wir da mal schauen. Und ich würde sagen, ja, da werden wir bald ein paar Häuser mehr sonst bauen, damit das ein bisschen lustiger wird. Und hier brauchen wir noch immer mehr Steine. Und das wird auch so bleiben, denke ich mal. Und deswegen bauen wir hier noch eine Steinmetz-Hütte hin. Und jetzt müssen wir dann aber wirklich einmal auf unser Geld schauen. Die Bilanz 283. Naja, das ist okay. Mehr aber auch nicht. Schauen wir mal, ob wir bei der Patrizia schon mehr bauen können. Nein, erst ab 510 können wir weitere Sachen bauen. Dann können wir Bier bauen. Und da sind wir noch weit, weit weg. Aber das sollte dann schneller gehen, sobald wir die Rohstoffe zur Verfügung haben. Und in der Zwischenzeit haben wir uns eben jetzt entschieden, so, rein und dann links klick. Und nochmal auf den Haken und dann ist das aktiviert. Das ist bei mir in den Allerbesten, wie es euch belehrt. Mit Tributzahlen, das braucht man nicht. Ist es wahr? Der Kaiser erinnert... Plus 5, Ruf. Wie könnte ich böse sein? Also, das hat sich schon ausgezahlt. So, gehen wir zumindest Scheitereien aus dem Weg. Und... Ähm, ja. Bauen wir mal eine Produktion. Inzwischen schicken wir das Schief rauf. Ähm... Und ich würde sagen... Irgendwo, wo Platz ist... Ja, bauen wir uns... Eine... Können wir da eigentlich dem Wasser entlang aufbauen. So, runter. Das ist zwar nicht ideal, genutzt glaube ich jetzt. Aber das geht schon. Und zwar auf der einen Seite... Brauchen wir jetzt... Eine Seidenplantage mit 5 Feldern. Und das geht sich hier schön aus, wie wir sehen. Und auch... Die Indigo-Plantage braucht 5 Felder. Und wir schauen, ob sich das... Ne, glaube ich nicht. So... Da bauen wir genau umgekehrt jetzt da. Auch 5 Felder. Und... Dann können wir... Das Produktionsgebäude... Hier in die Mitte im Bahn. So. Sollte jetzt produzieren, Teppiche. Und da werden wir dann später nochmal vorbeischauen. Ähm, ja. Irgendwie müssen wir jetzt schauen, dass wir aber wieder... Zu Geld kommen. Und... Und... Ihr habt hier das Sagen. Nun sorgt dafür, dass es so bleibt. Moves könnten wir ein bisschen mehr brauchen. Oder einfach mal abwarten, bis die ganzen Häuser hier aufsteigen. Könnte das Spiel ein bisschen schneller machen. Ihr habt ein gutes Händchen bewiesen bei Ausbau eurer Siedlung. Und die Foktei macht alles um, ich glaube, minus 10% oder so. Oder minus 5% verringert ist die Kosten von Gebäuden. Oder von Produktionsgebäuden und so weiter. Und... Was aber wichtig ist, sind ein paar Lagerhäuser auch. Und wir brauchen... Ich denke mal, wir müssen... Wir können jetzt das Aufstiegsrechte... Ja, von den Bürgern hier erhöhen. Dann steigen sie auch nicht auf. Ja, wir werden hier etwas einlagern. Denn unsere Lager sind mehr als voll. Was eigentlich nicht so gut ist. Wir haben auch noch recht kleine Lager. So, schicken wir das einmal runter. Und was wir auf jeden Fall machen werden, da wir auch zwei verschiedene Routen schon haben. Wir werden hier... Das geht noch nicht. Das geht aus der Patrizia. Okay. Den Landungssteck. Aber wir können hier... Diese Hütten hinbauen. Mal drei. Und dann sehen wir, unsere Lagerkapazität ist jetzt deutlich gestiegen. Und dann geht sich das auch wieder schön aus. So. Ja, mit Fisch und allem geht es sich, denke ich, ziemlich knapp im Moment aus. Und wir werden jetzt das nächste Bedürfnis erfüllen. Und zwar das Bier. Und auch hier genau eine Produktion mal anlegen. Und dann schauen. Könnt ihr nicht ein paar armen Sielen Obdach gewähren? Und jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder Bettler aufzunehmen oder etwas Geld zu halten. Aber am Beginn soll es sich, glaube ich, eher aus, die Bettler aufzunehmen, damit man sehr, sehr wenig bekommt. Vergess ich euch nie. Aber man muss sich dann irgendwo so ein Haus für die Bettler bauen. Und wir sind wieder mit der Viertelstunde rum. Speichern hier. Bauen jetzt aber das Haus für die Bettler noch. Na, geht sich gerade nicht aus. Hm. Irgendwo am Stadtrand baue ich das immer gern, also nicht direkt. Ein Feuer wütet in ihrer Siedlung. Bauen wir es hier hin. Und hier bauen wir... Nur für uns Bettler? Gott verdreckt's euch! Bauen wir noch Häuser hin. Und... Ja. Schauen wir mal. Jetzt haben wir... Wir sehen es hier wieder Aufstiegsrechte. Auch da wie das, wie sie heute so gebaut haben. Und wir haben einen Brand. Der... Weiß ich nicht, ob der gelöscht wird jetzt da. Ich denke mal nicht. Doch. Oder? Jetzt nicht von einem Feuerlöschwagen, aber... Ihre Bevölkerung kann das Bedürfnis nach Glauben nicht stillen. Na. Kein Glauben. Genau, die Bettler nämlich nicht. Na, Brauer. Wir werden da jetzt nochmal weiter bauen gleich. Und dann bauen wir daneben... Eine, gehe ich hier wieder hin. Noch eins dürfte. Müssen wir ein bisschen rumbauen hier. So. Ähm... Ja, wir wollten hier... Unsere Produktion für unsere Klosterbräuerei starten. Geht aber noch nicht. Wir können aber unsere Foktei jetzt bauen. Und die Foktei kann man irgendwo hinbauen. Irgendwo, wo es zum Beispiel auch schön ausschaut. Weiß jetzt nicht wo. Hier zum Beispiel. Na. Weiß nicht. Oder hier ins Eck. Da können wir ja nichts mehr viel machen. Oder doch. Hm. Irgendwo halt, wo halt Platz ist, einfach hinbauen. Und... Zum Beispiel hier ist gut, glaube ich. Und dann sehen wir. Foktei, da kann man erstens Notizen verfassen. Und man sieht. Eine Übersicht von allen Gebäuden, die man hat. Was auch sehr praktisch ist. Deine Weltstatistik und alles. Und die Foktei. Reduziert die Kosten. Der Gebäude. Kann ich hierbei auf euch zählen? Und wir haben wieder einen Auftrag. Wir müssen drei Assassinen finden. Das machen wir jetzt noch schnell. Und mit der Produktion vom Bier beginnen wir. Da einer ist das zu sehen. Sie haben die gesuchte Person gefunden. Wo ist noch einer zu sehen? Diese Figuren sind immer so ein bisschen leicht bläulich. Umrandet, dass man sie ein bisschen erkennt. Und langsam lässt sich Wohlstand in dieser Stadt erkennen. Und wir haben jetzt schon zwei. Wo ist ein dritter? Boah. Manchmal findet man die Sachen einfach nicht. Wenn die Stadt nachher sehr, sehr groß wird, ist das richtig schwer zu erkennen. Und hier ist die dritte. Und die bringen wir dann zum Hafen von Nordhuk. Und wir schauen jetzt noch schnell in den Orient, ob unsere Produktion hier gut funktioniert. Ja, Teppiche werden produziert und unsere Stoffbewohner sind mehr als zufrieden zu den Nomaden. Dann können wir hier noch etwas schneller machen. Kurz. Ja, wir können nachher eigentlich bald... ...die Kirche braucht... ...Glas. Glas werden wir jetzt bald brauchen. Wir bauen jetzt zuerst die Bierproduktion nächstes Mal. Und dann die Glasschmelze. Und danach werden wir... ...mit der Produktion... ...anfangen von Glas. Ja, also bis zum nächsten Mal.